Abenddämmerung von Hinrich Westphal Manchmal komme ich schon in der Abenddämmerung nach Hause. Dann steuere ich mein Wohnzimmer an und sinke erleichtert in den Sessel. Jetzt brauche ich weder Lampe noch Fernsehen noch Telefon, nur Ruhe und Ausatmen. Allmählich erkenne ich die Schatten der Möbel, die Umrisse des Fensters, den Baum vor dem Haus. Das Schweigen einatmen und die Dunkelheit aushalten. Erlebnisse und Belastungen ziehen an mir vorüber. Gerade in diesen Wochen trage ich das Leid einiger Menschen mit. Ich versuche, loszulassen und zu entspannen. Irgendwann zünde ich eine Kerze an und schaue zu, wie ihr Licht langsam den Raum verändert. Die Schatten fallen weicher, alles wird wärmer und freundlicher. Adventskerzen als Symbol. Hoffnung auf das ewige Licht, das der Welt einen neuen Schein geben wird. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.